Wo ist der Infobot? Hält man uns schon für abgewragt? Oh, was wenn wir abgewragt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Ha, stimmt. Ein lautes Willkommen für die Zeremonienmeister der Parade! Ratchet und Clank! Ich, Captain Copacus, Leslie Quark, bin euer Gastgräber! Und ich, Charm! Hey, ich glaube, ich sehe den Lombax! Welche Szene soll denn hier nachgestellt werden? Auf deinen Kopf gibt's einen Kopfgeld! Schneider im Anmarsch! Nefarius Schiff, wir müssen irgendwie da rauf! Die Taxis an diesem Stand da fahren direkt an ihm vorbei! Das war wir wie eigentlich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Widerständler, meldet euch im VIP-Bereich eurer nächsten Aufnahmeeinrichtung zur Verhaltenszwangsmodifikation. Das macht Spaß. Spaß. Dein Anzug scheint zu funktionieren. Du fällst nicht auf. Da ist die Assistentin und da ist der Infobot. Gute Arbeit. Jetzt verschwinde und entschlüssel das Ding. Wo ist der Infobot? Los, los, los. Dein Schiff ist gleich davon. Wo willst du hin? Wo ist der Infobot? Wo ist der Infobot? Wo ist der Infobot? Hey, schon gut. Siehst du? Ich bin's. Rivet? Shh, ich muss weg. Hier, der bringt dich nach Hause. Er hat eine Einheitsgröße, also müsste er... Danke. Ja, es ist ein herrlicher Tag für das Festival der Helden hier in Megalopolis. Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit... Jahren. Hält man uns schon für abgewragt? Oh, was, wenn wir abgewragt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Ha, stimmt. Ein Laufes Willkommen für die Ceremonienmeister der Parade. Ratchet und Clank. Ich, Captain Copanthus, Leslie Quark, bin euer Gastgeber. Und ich, Skid-Mag-Max. Seid ihr, wir wollen in dem kleinen Jabbos raus und... Und Leute, ihr seht, was wir spielen. Ihr seht es, seit dem 26.07.2023 gibt es Ratchet und Clank Rift Apart auf dem PC, Leute. Ich bin halb des Fakt. Ey. Wie das einfach ausschaut, Leute. Auf der Playstation war es ja schon geil. Ich bin auf dem PC. Ah. Ich muss auch sagen, es ist neu rausgekommen, Leute. Das bedeutet, es werden 1, 2, 3 grafische Bugs auftreten. Da bin ich mir sogar sehr sicher, wie es an der Kirche, das wird auf hundertprozentige Weise passieren. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt erst mal darauf, mit euch zu erleben, was hier passiert. So. Gehen wir auch gleich weiter. Schaut euch das einfach an. Und sagt Clank hier. Ratchet und Clank. Was auch. Ne? Das heißt, hier einmal hier Clank und einmal hier Ratchet. Und wie die ausschauen. Das ist auch das Fell, wie das animiert wurde. Es schaut sogar aus, als würde es sich leicht im Wind bewegen. Haben wir Filmkern an? Filmkernung? Schaut auf jeden Fall so aus. Es schaut wirklich einfach nur Bombe aus. Weißt du, dieser Schlüssel. Dieser Schlüssel. Warte mal, wir posten das richtig geil neben uns. Wir sind noch ein bisschen näher ran. Schaut euch das an. Oh, wie geil. Das ist ein bedeutsamer Tag. Angefangen mit mir und zum Schluss ein Überraschungsgeschenk von Clank und Ratchet. Muss es die ganze Galaxie hören? Warte, ein Geschenk? Wofür? Oh, du wirst sehen. Es wartet am Anfang der Paraderoute auf uns. Na, dann sollten wir doch mal los. Alles begannen auf dem Land der Veldin, als Ratchet, ein rastloser Tüffler, das Abendfeuer suchte. Oh, wie geil. Das ist die alte, die neue Grafik. Das ist die neue. Hier kann man es nochmal ganz gut sehen. Sogar selbst die Hologramme, Leute. Selbst die Hologramme. Hier. Hört sich. War das gerade ein grafischer Fakt? Ne, war anscheinend ein Hologramm. Sieht, das ist richtig geil nachgebildet. Ich finde es richtig geil, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bin richtig high. Oh ja, Leute. Habe ich auch auf meinem Kanal gespielt. Ratchet und Clank 1. Wer Bock hat, zieht es mal rein. Ein bisschen altes Feeling, sich wieder reinzuziehen. Bin mal gespannt. Ah, das ist... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Das sind eigentlich bloß noch die alten Teile von der Playstation 3. Wenn die auf dem PC kommen würden, wäre richtig nice. Ups. Bin weg damit. Oh, ja. Das ist aber, Kork, du an zweitem Kannibalismus hier... Kannibalismus genau... An den zweiten riesigen Problem schuld bist, das weißt du auch noch, oder? Kork, das gehört nicht dazu. Safe nicht. Danke, Kling, dass du mich bestätigst. Na, hab ich gut gebraucht. Juhu, geh mal aus dem Weg, du Arscher. Das schießt schon wieder auf mich. Hast du auch auf mich zu schießen? Ich bin wie ein Pigast. Auch ich würde nicht geschossen. Ah, kann man kaputt machen. Das ist alles kaputt machen. Weg hier mit. Brauch mehr Geld. Wir sind geltsüchtig. Auf uns ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Oh, rein Schuhe. Schnell, wir müssen zum Anfang der Paraderoute. Oh, doch, was geht um sein Geschenk? Oh, doch. Sie wollen es haben. Aber was ist es? Heißt das hier jemand? Nein. Doch. Keiner hier weiß es. Aber jeder weiß ganz genau, was hier abgeht. Dräck weg mit dir. Ich finde es auch richtig geil mit dem Playstation 5 Controller. Ja, was heißt der Ruhestand? Ruhestand existiert nicht. Ich finde es aber auch echt geil. Oh, das bricht mich für die ganze Zeit. Ja, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Aber mir sowieso, du. Ich habe die nie aussterben lassen, mein lieber kleiner Kollege. So, aber was soll jetzt ich sagen? Ähm. So. Ich war ein Faden verloren. So. Ja, ich bin halt in die Luft. Äh. Äh. Träkst du ein bisschen Wasser? Was? Gut, dann ist er gleich da stehen bleiben. Dann kann ich den gleichen Haus abschießen. Da unten sind noch mehr von diesen Schoten. Beeilten wir uns, bevor jemand verletzt wird. Oh, Interessiertes gar nicht. Der Halsabschneider. Wenn die hier hier richtig abschießen gehen, Juck nicht. ich glaube es sollte es nicht sein gehen wir mal runter hallo meine freunde dahinter wird geschossen passt schon die wissen alle dass du der große strippenführer warst in teil 1 und teil 2 hast du der große böse ok in teil 1 war bloß war er bloß komplize teil 2 war er der große böse aber ungenaueres verfahren heute einfach die let's base anschauen ich schaden zugefügt jetzt gerade wieder weg kommt das ding auch mal schneller sterben so weg ist es leicht ich hatte eine rede geschrieben aber da die veranstaltung offenbar angegriffen wird komme ich gleich zum punkt ich weiß nicht wo ich ohne dich wäre du bist mein bester freund mein teampartner und du hast viel aufgegeben um ich habe den dimensionator repariert jetzt kannst du endlich deine familie finden auch kumpel ich was dr nefarious Ratchet und Clank! Was für eine wundervolle Überraschung! Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor acht Minuten auslöschen sollten! Wow. Was willst du, Nefarius? Das! Hä? Trockt denn niemand mehr Bedienungsanleitungen? Nja! Hä? Oh! Hm. Ja, Leute! Ruhe! Stand existiert nicht! Beim Bösen! Na, und das ist schnell. Ah, Scheibenkreis. Das kann nichts Gutes sein. Ein Gutes Plan, da bin ich Herkules. Juhu! Bist du hier, um dich zu stellen, Lohmanns? Ne, ich bin hier, um dir die Fresse zu verschießen. Na, weggepixelt, Junge. Ja! Aber natürlich! Wo solltet ihr auch sonst sein? Ah, ich schenk dir Wamm! Ich hätte ahnen müssen, dass Nefarius so etwas versucht. Mach dich nicht fertig. Das wird genau wie in alten Zeiten. Komm, sieht aus, als wäre Nefarius in der Nähe des Bahnhofs gelandet. Oh, Mrs. Zurkon. Holen wir uns eine Waffe. Oh, Mrs. Zurkon. Die weiß genau, was mir gefällt. Ja, ja, ja. Aber ich bin hier im Controller. Nichts vergessen. Warum nicht so leise? Warum nicht so leise? Mit seinen beiden Läufen voller, purer, süßer, Benächtung. Du kannst den Feuernabzug kalt ziehen, um einen Lauf abzufeuern. Und wenn du sehr zuversichtlich bist, ziehen ganz durch, um aus beiden Leuten zu schießen. Okay, zwar ein bisschen leiser, aber wir verstehen, was läuft. Nehmen wir die Waffe. Haben wir den Gate? Halsabschneider im Anmarsch. Okay, Leute. Ich muss ehrlich sagen, dass das Game uns wirklich, was Grafisch angeht, richtig Bombe. Ja, es frisst etwas mehr Leistung als die meisten Spiele, aber einzig, dass man das Spiel noch nicht optimiert gut. Und ein paar Grafische Bugs habe ich auch schon. Save. Save. Ich würde das auch noch kommen. Ich habe das Spiel vorher getestet, ob das mit meinem System möglich ist. Obwohl ich kein schlechtes System habe, muss ich schon mittlerweile sagen, das habe ich nicht wirklich gebessert in den letzten Monaten, habe ich auch zu meiner Community zu verdanken. Tausend Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Ein bisschen upgraden konnten. So, da, da, deck mir die ab. Ey, es ist, es ist wirklich geil. Du spürst halt auch wirklich diesen Widerstand. Jetzt zum Beispiel drücke ich halb durch, einen Schuss, drücke ich halb durch, ah scheiße. Also, ja, ab und zu schwingst du auch einfach ganz durch. Upsi, sorry, war ich nicht. Mh, Ratchet, du saug. Okay, leide tot, leide weg. Okay, gut. Mach's kurz. Ja, ich sehe auch unser Geld gerade. Wir können nochmal eine zweite Waffe kufen, ist auch ganz gut. Denn Munition wächst sich auf Bäumen, Leute. Okay. Vier Waffen zu haben, ist besser als nur eine zu haben. Ja, was? Halb? Okay. Kann im Prinzip sagen, wie es haben möchte. Okay, auch cool. Da muss man sich sagen, bis jetzt haben sie echt Mühe gegeben. Da kann man echt nix dagegen sagen. Auch mal, dass das Ganze auf dem PC relativ sehr gut läuft. Ah, zacke. Weg mit dem Dimensionator, Nefarius. Weg mit dem Dimensionator. Ja, klar. Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt. Spoiler. Es ist ermüdend, sobald ich diese blöden Koordinaten habe. Sackle wohl. Nee. Was habt ihr jetzt? Dave! Oh! was war das gerade wir könnten ein kleines problem haben die brücke ist zerstört es muss ein anderer weg die spalten reagieren auf das phasenquart in deinem handschuh richte ihn doch mal auf einen davon was hast du getan und ok teleporter auf jeden fall wird das ding nützlich sein war weg ist er also wie gesagt es tut mir leid falls irgendwas seltsam sein sollte in der grafik wie gesagt das spiel schon getestet und zwei drei sachen aufgefallen war für leer pixie der pixel dinator nehme ich jetzt mal als ich keine reichweite das ding jetzt noch ein bisschen geld dafür ja nicht vergessen leute ja ich weiß es ist ein bisschen langweilig nicht nur geld einsample ich muss leute das ist wichtig wenn ich kein geld einsample bin ich irgendwann blank und habe kein geld mehr auf meiner bank das ist schlimmer als ich dachte was läuft nie so wird sie gab leute zu pflanzen geworden oder so drei anteil von oben glück kein blick mit einer kampfwaffe nahkampf wie hier zu töten wie sie schaut euch das an weg sei ja so leicht dass noch ein bisschen davon was ob wir auch verschiedene schlüssel wiederbekommen auch nur so eine frage sind gerade so halb die schlüssel upgraden sind die karte karte käme ist so ganz hinten auch cool hinten gibt es auch noch was hält kann auch was hält oben bedeutet rüstung so eine rüstungskapsel gefunden nice cool also haben wir irgendwas freigeschalten hier wahrscheinlich war ja vorbestellt sind haben wir ein paar rüstungen bekommen schon welche an leute stück für stück mehr wir machen das stück für stück jetzt nicht gleich oder zumindest ein oktopus aber das sollten ja nicht so begeistert sein wenn einen teil wenn es mir recht heischt haben wir das auch ich habe hobbys und ich weiß wie viel dir die suche nach den anderen lombaxen bedeutet ich dachte vielleicht könnten wir zusammen aber ich holen wir ihn nicht erst von nefarius zurück und wollen wir erst mal zurück und schauen was dann abgeht aber scheint nicht so begeistert zu sein warum nicht ich werde total begeistert würden freuen uns so viel aufopfern würde um mir zu helfen egal was er los ist ein problem ja okay der letzte lombaxe wollte die ganze erde deswegen zerstören aber sprinten können wir diesmal auch und weg mit dir wenn schon gleich zweimal wenn ich ohne potenzieher bin das trefft sagt weg ist er ein fahrer wie gesagt wer es nicht weiß leute kommt auch noch ein let's play dazu falls jemand nicht weiß es noch einen zweiten lombaxen galaxie 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 betonung aufgas na gut weiter geht's diese spalten du fern wirklich aus nefarius hat sich eindeutig übernommen jetzt ab leute jetzt richtig ab da kann man nix sagen volle leistung haben sie gegeben in den game natürlich ist und bleibt der lieblingsteil natürlich der erste teil wenn sie sagen was wir wollen die ersten drei teile die sind die schönsten und besten da würde ich mir auf einen remake freuen und zwar sehr was die fahrer stellt sich doch immer dumm dabei an ich weiß gar nicht was du hast kollege schnürst du und weg mit dir so und aufgestiegen ist eine weiter und ich bin auch eine weiter ich würde mehr leben 20 und dies das ist eine freundschaft leute das ist eine freundschaft werde ich auch ganz gerne das hat keiner gesehen war wahrscheinlich noch halte gleich die geheilt der steht hat schimmer wir brauchen kohle haben wir keine kohle mehr das ist immer ein arschkollege das ist der hat mich verfolgt schlecht das ding auszuweichen eindeutig bin zu dumm das teil auszuweichen ich glaube ich bin der wachenwechsel naja klingt geisterlich nix so auf viel schlimmeres als kröten da können riesige robotte auf uns loshetzen ok nice ich finde es echt geil wie smooth die bewegungen sind ein bisschen langsamer ist bloß mit dem stick oh scheiße zack in die fresse zack in die fresse ich frag mich wie ich das faden voll zu unten rechts einstellen kann muss ich auch noch schauen wie man das einstellt amygoiden der aus einer anderen galaxie amygoiden grünen teile da mindestens 80 ist doch egal nein alles geschafft zack nicht mehr lang keine wunde mehr und nett glaubt ihr eine vernichtende niederlage reicht schon aus um mich zu stoppen also ja da ehrt ihr euch wir reisen in eine dimension in der ich immer gewinne damit ihr endlich mal wisst wie das ist die dimension werden immer schwächer die Wie schlimm ist es? Tja, ganz bestimmt nicht gut! Super! Wo sind wir? Deine Ahnung! Oh! Kröger! Das ist definitiv, Mediak! Hab ich's geschafft? Oder was? Ist das... Das ist echt viel näher. Das ist der Teil, wo du verlierst. Ratchet, der Dimensionator. Ratchet? Oh je, mein Arm. Und... Nein. Der Dimensionator, er... Was habe ich getan? Was hast du getan? Wer bist du? Jemand mit vielen Fragen. Komm erst mal mit. Warte, ich muss meinen Freund finden. Das bin ich. Ich bin's. Es hat geklappt. Endlich, ich habe gewonnen. Imperator Nefarius, ihr seid früh von eurer Eroberung zurück. Ja. Imperator. Ja. Ja. Und... Ja. Ja. Klang? Klang! Ein Lombax? Wo bin ich hier? Okay, Leute, das ist genau der Bug, was ich gemeint habe. Das steht da jetzt die ganze Zeit dort. Und ja, dagegen gibt es auch was Gutes. Falls ihr damit auch das Problem habt, einfach mal neu speichern und neu starten. Funktioniert wieder. Abo, Leute. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und ein Daumen nach oben da. Wird mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Jowie, jowie.